Die IT Novum ist einer der führenden Anbieter für Business-Open-Source-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden, üblicherweise der gehobene Mittelstand, Konzerne, aber auch die öffentliche Verwaltung profitieren von innovativen Lösungen mit dem Fokus auf Stabilität und Mission-Critical-Robustheit. Und das ohne den Geschäftsprozess und die Business-Mehrwerte aus den Augen zu verlieren. Mehr als 800 erfolgreiche Projekte sprechen für sich. Mit mehr als 75 hochqualifizierten, zertifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern an den Standorten Fulda, Berlin, Dortmund und Wien bieten wir für unsere Kunden jederzeit ausgewiesene Expertise im Umfeld Business-Open-Source. Wir sind einer der größten europäischen System-Integratoren für Alfresco. Wir sind Sparing-Partner der Fachabteilung und Ansprechpartner der IT. Das heißt, wir kombinieren unterschiedliche Technologien miteinander, um dem Kunden zu ermöglichen, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. Und setzen auch Kundenanforderungen individuell um auf Basis von Professional Services und entsprechenden Projekten. Dafür erfinden wir nicht das Rad neu, sondern setzen auf bewährte Methoden wie Design-Thinking und agile Entwicklungsprozesse, die es uns erlauben, das Feedback unseres Kunden schnell in die Lösungsumsetzung mit einzuarbeiten. Ein Kundenbeispiel, wo wir geholfen haben, die digitale Transformation zu meistern, ist die Einführung der E-Akte bei der Bayerischen Justiz. Die Bayerische Justiz hat das Ziel, papierbasierte Prozesse abzulösen. In diesem Zusammenhang haben wir die Alfresco-Plattform zusammen mit unserer Caching-Lösung eingeführt. Die Bayerische Justiz ist so in der Lage, alle kritischen Gerichtsdokumente rechtskonform aufzubewahren und schnell verfügbar zu machen. Unser Technologie-Portfolio erlaubt es uns, über den Tellerrand von ECM und BPM hinauszuschauen. Das sind zum Beispiel Themen wie Content Analytics oder Big Data. Außerdem haben wir Technologien entwickelt, die die Plattformen sinnvoll ergänzen. Unsere Alfresco-Hosting-Plattform erlaubt es unseren Kunden, die Vorteile einer Cloud-Installation mit den Vorteilen einer On-Premise-Installation zusammenzubringen. Unser eigenes Caching-Produkt erlaubt es beispielsweise, den Dokumentenaustausch an verteilten Standorten signifikant zu beschleunigen und dementsprechend Arbeitsprozesse deutlich zu verbessern. Wir ergänzen die Alfresco-Plattform um Lösungen, beispielsweise für Vertragsmanagement oder Qualitätsmanagement. Unsere Lösungsskizzen sorgen dafür, dass Kunden nicht auf der grünen Wiese beginnen müssen. Fachübergreifende Teams stellen sicher, dass sich während der Projekte keiner in den technischen Tiefen verliert und die Kombination aus Technologie und Business-Know-how sind das, was uns einzigartig macht.